Ja, und herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Wir haben ja gerade hier diesen armen Kameraden gefunden. Doch leider bleibt nichts mehr von ihm übrig aus der Geschichte. Und da unten ist ja nochmal so ein komisches Ding. Aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. So, wahrscheinlich kommen wir hier nicht runter. Das ist echt nicht schön, die Textur hier. Naja. Der Roboter, ich glaube sein Freund, wollte ihm ja helfen, aber das gelingt ihm leider nicht. Die Karte ist halt echt speziell aufgebaut, wenn man mich fragt. Aber warte. Kann ich das Teil irgendwie nicht noch mit dem... Also mit Novik teilen, dass wir da dieses... Dieses weitere Vieh gefunden haben, dieses Spinnenvieh. Offensichtlich nicht. Hm. Mit dem Auto können wir hier oben nicht rumfahren, deshalb müssen wir laufen. Die Gingzeit A. Fieldbase. Fieldbase. Ich weiß halt nicht, ob wir da schon waren. Alter. Okay, echt riesige Karte. Doch, ich glaube die gelbe Linie ist unser Weg. Doch, doch, ich glaube die gelbe Linie ist unser Weg, den wir bisher hinter uns gelassen haben. Hm. Mittlerweile fühle ich mich auch ein bisschen sehr einsam hier, ohne unsere Sonde Luna. Und dann sind das schon ziemliche Strecken, die man hier hinter sich lassen muss. Kommt man da bloß wieder zurück? Was sieht so aus? Ja, aber dann komm wieder zurück. Oder? Nee, das ist etwas anderes. Nee, das ist etwas anderes. Alter. Was? Nee, das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Nee, das ist etwas anderes. Nee, das ist etwas anderes. Die Invincible ist es unser Units, das ist der größte Orbital-Initier. Und das größte Orbital-Initier. In meiner Meinung, ist es ein bisschen exzessiv. Ich glaube, das ist ein bisschenore. Ich weiß mich, dass die Schill ist, wenn es nicht weit von hierher ist. Es ist, dass es nicht weit ist. Ich weiß nicht, weil du es nicht mehr zu sehen. Re-e-e-e-e-e-tile. Sie sind mehr als ein Robot als die anderen Strukturen. Es wird unglaublich riesig sein, wenn das Teil dort hineinpasst. Oder haben sie das hier zusammengebaut? Alter Schwede. Das sieht echt seltsam aus. Sie haben Fotos des Saites im Database. Sie wurden getestet, bevor sie anfangen. Das ist unerkennbar. Innerhalb... Es ist eine Struktur. Ja, ein Metall. Ähnlich wie die auf der Surface. Aber diese sind komplett hidden unter dem Boden. Alter... Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht so nahe hingehen. Junge, Junge. Das sieht ja crazy aus. Wieso konnte ich von hier gerade noch die Kräne anschauen? Ich glaube, er ist ein bisschen... Das sieht echt seltsam aus, das Teil. Ich glaube, Novig ist echt ein bisschen neidisch. Auf das, was... ...die hier haben. Okay, der Convoy Path geht da lang. Aber jetzt sind wir nur mal hier. Hier. Kann man hier rein? Kann man. Die Musik ein bisschen... Die Musik ist ein bisschen komisch. Pink. Was ist das? Ernsthaft? Pung. Ernsthaft? What the fuck? Aber passt zumindest zum... ...Zeitpunkt des Spiels. Mit 80er, 90er Jahren. Wir machen Mabel 10. Vielleicht gibt's ein Achievement. Wir machen Mabel 10. Vielleicht gibt's ein Achievement. ... ... ... Okay, komm, bis 15. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oder bis dahin, bis ich verliere. Fuck. 18 New Score. Lustig. Someone is a mobile laboratory. Nichts... Specielles. They excavated a lot of different objects. In terms of shape and size. I tried to arrange them somehow, to classify them. Were they successful? And Luke's promising. If they spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. A paar Proben. Hmm. Okay. Okay. Da unten waren wir schon. Da war ich zumindest. Die Musik ist ein bisschen weird, weil es die ganze Zeit bloß ein Ton ist, der in Dauerschleife kommt. Ich würde noch da drüben schauen gehen. Da was ist. Da drüben ist glaube ich die Basis. Da drüben ist glaube ich die Basis. Wo das Teil dort oben fliegt. Da ist aber wahrscheinlich nichts, dass ich hierher komme. Das schätze ich mal. Das ist aber wahrscheinlich nichts, dass ich hierher komme. Da war für nichts. War für nix. Kann er nicht mal runter gehen. Okay. 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 Dann gehen wir halt zu diesem anderen Rover. Ich glaube wir haben ungefähr alles hier gesehen. Ich hoffe es zumindest. Okay. 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 nicht. Ich habe das auch mit dem Papa. Oh, das geht aber perfekt. So geht's hin. Das ist ja noch nie. Oh. Das ist ja noch nicht so. Okay, jetzt kommt's rein. Sieht man hier unten irgendwas? Halt. Hm. Strange. Vorge dem Konvoi der Allianz. Hinter uns. Ich möchte doch noch kurz da oben schauen gehen, ob es da irgendwas gibt. Wahrscheinlich kommt man da gar nicht hoch. Okay, nichts als Leere. Ja, dann folgen wir mal den Spuren des Konvois. Ja. Hier nach oben. Ich weiss echt nicht, ob wir jemals auf irgendjemand anderem treffen werden. Und das frage ich mich auch. Lebt noch jemand von der Allianz? Oder sind sie schon wieder alle abgereist? Oder einfach bloß alle verhungert? Und den Qualvollen Tod gestorben? Und werden wir erfahren, was hier auf diesem Planeten los ist? Ich weiss nicht. Eine einfache Analyse der Situation wird niemand mehr verhungert. Hm. Das ist sicher. Und die Obachtungspunkte. Hm. Plane deine Route zum Konvoi. Die Laut des Konvois. Die Route am Ende. Die Route am Ende. Also, was ist das für dich? Einen Wunderschönen? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich denke, dass wir da müssen gehen. Aber sie sind nicht in der Basis. Sie müssen irgendwo sein. Also, was ist in deinem Geist? Ich kann einfach da rein fahren. Ach, komm straight hinein. Ach, komm straight hinein. Nee, es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied, wenn vor allem hier der Konvoi ist. Ob man jetzt von hier kommt und die uns hier sehen oder hier sehen, spielt nicht so eine grosse Rolle. So denke ich mal. Was eben überhaupt jemand da ist. Das ist auch immer noch die Frage. Ob es Überlebende gibt. Oder Personen und Menschen. Oder wenigstens Roboter, die sprechen können. Aber ich würde sagen, wir sind erst in der nächsten Folge, ob wir den Konvoi hier vor uns sehen um diese Kurve. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schnellreck. Tschüss. Tschüss. Stanzi.